Okay, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Richtig, Overwatch hier auf meinem Kanal. Glück oder können. Richtig, wenn du es willst. Und wir sind mittendrin reingeworfen worden, glaube ich. Ja, sieht so aus, oder? Nee, es ist aber noch sehr am Anfang. Ah, das Spiel ist noch sehr, sehr am Anfang. Sehr schön. Ja, natürlich gar nicht da ist. Achso, ich bin hier, das ist scheiße. Jetzt habe ich ja gesagt, Kiefer. Nein, sie sind als Wachtmeisterin unterwegs. Okay, 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 okay. Äh, wo ist denn der Anfang? Ähm. Wo gehen die Türen auch? Achso. Hallo, Freunde. Ja, oh nein. So, das war ein Energieball. Oh, das ist noch eine Wachtmeisterin. Ey, du hast ja das gleiche Outfit wie ich, du. Scheiße. Nein, nein, ohne Zunge, ohne Zunge. Geh weg, geh weg. Nein, ah, er hat mich erschossen. Aber er hat die Zunge drin gelassen. Ja. Nicht beim ersten Date mit Zunge. Hellboy. Auch saugeile Filme. Nur der dritte hat ja gar nichts mit den ersten beiden zu tun. Das ist ja nochmal eine Neuverfilmung. Mit neun Schauspielern. Ein anderer Hellboy. Aber die beiden ersten sind, äh, sind richtig gut. Der erste und der zweite. Ja, ja. Der zweite ist auch gut. Hellboy und die Goldene Armee. Ja, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ich bin gerade zu wenig gewandt. Okay. Warum fighten wir hier? Der Apparat vom Schuss. Ein Bastion. Scheiße. Ja, komm schon. Ach, komm schon. Was soll? Wie viel Heal hat der denn? Äh, also ihm geht's doch gar nicht darum, ne? Haben schon mal einen Bulle gegen. Ah, nein. Oh, nein. Wo schieß ich denn hin? Hilfe, nein. Geh weg. Oh, immer schon. Immer wieder dieses Warzenschwein. Oh, Mann, ey. Ballert er von hinten auf mich drauf. Die Sau, ey. Schäme dich. Geh in die Ecke und schäme dich. Aber ich glaube, wir verlieren, oder? Sieht's gut aus. Ich weiß gar nicht. Naja, wir halten sie immer noch von Point 1 ab. Also, äh, sieht's gut aus. Wartenschwein. Äh, Energy? So dumm, aber egal. Habe ich sie nicht erwischt? No? Oh, nein, nein. Dumm, dumme Aktion. Das wollte ich gar nicht. Alter. So lange, um sie zu killen? Okay. Hauptziel. Ah, wir haben auch einen Bordock. Ne, der heißt nicht Bordock. Mann. Ach, wie heißt das Warzenschwein? Alter, der geht mir auf die Eier. Habe ich Raketen? Nein. Oh, wir haben ihn. Ja. Mist, da wollte ich gar nicht hinschießen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. Kacke. Nein. Ach komm, ey. 3 gegen 1. Das ist unfair. Ah. Ey, das war unfair. So ein bisschen. 3 gegen 1. Ja, klar. Sonst noch kommen Plätze? No. Oh mein Gott, sie kommen zum Speicherpunkt. Nein. Ich meine zum nächsten Tor. Ähm, warum bin ich der Einzige hier? Wo ist mein Team? Ah, da ist mein Team. Okay, sehr schön. Ey. Mädel, nicht so nah. Ja. Ja, gerade bevor ich meinen Mac holen kann. Nein. Ah, nice day. Ein wunderschönen Sonntag, aber das Video kommt natürlich am Montag. Teilpunkt der Aufnahme ist Sonntag, 10 Uhr 30. Äh, wo bin ich denn? Hallo? Wo bin ich? Hä? Oh, nach da. War ich hier schon mal? Hä? Äh, wo bin ich? Ich war hier noch nie, glaube ich. Yes. Ich hab den Rabbit. Halt dich nicht am Rabbit fest. Mist, viel zu weit hinten. Viel zu weit hinten. Yes. Zwei gekillt. Da hat die Boyzheimer wieder zugeschlagen. Hä? Der denn? Hey, ich hab mich eben gerade gewundert, wo das Feuer herkam. Ich mein, die Schüsse. Ich hab keinen gesehen. Yes. Wir drängen sie zurück. Ja, ich hab den Großen gesehen. Oh, wir haben auch ein Bestchen. Na, kommt hier durch die Tür durch. Los. Nein, 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 nein. Nein. Ah, ich bin hängen geblieben. Oh, no. Alter, ich wurde voll zurückgekickt. Die haben mich gemobbt. Das war der Mobbingkreis. Ja, du müsstest einen Zauberhänden. War die da mit ihren Feuerhänden. Ja, ja, ja. Naja, sieht gut aus. Wir konnten sie ein bisschen zurückdrängen. Gut, Soldier. Dann komm. Nö, 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 nö. Wir sind am Spicerpoint. Nein. Ah, hallo. Oh, nein. Lucio. Ja, gut, dass wir hier sehr umkämpft sind. Boah. So, jemand war hinter mir. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, mei, ne. Hat mir jemand Energie abgezogen. Sehr schön. Das ist mein Willen. Nice. Wir verlieren, aber das ist nicht schlimm. Du müsstest hier noch einmal zurückdrängen. Komm schon, die Zeit schaffen wir. Dann habe ich ein kleines 10 Minuten Video. Ansonsten muss ich nochmal noch eins anfangen. Und seitdem das sind 10 Minuten, dann fange ich von vorn an. Und ihr seht das hier nicht. Ja, das ist so einfach. Komm, wir müssen sie auch mal aufhalten. Noch mal zurückdrängen. Ey, das schwarze Schwein ist so stark, ey. Ein bisschen OP, aber sonst nicht. Weißt du, mache das. Tut mir leid. Ja, so rollt man den Platz frei. Nice. Warum bewegt sich das Ding nicht? Ah. Ja. Ach, da oben. Nein. Hä? Hallo? Ja, Mann, was ist denn jetzt hier los? Der jumpt eine Tank, ey. Ja, ist gut, ist gut. Oh, du, 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 du. Geh weg, geh weg. Du bist zu groß. Du bist zu groß. Du bist... Oh. Ich denke, kill. Ich brauche Energie. Danke. Was? Alter, der Bestium geht mir auf die Eier. Nein. Ach, komm schon. Warum ist der so viel OP, Alter? Wisst ihr nicht, was Execute sagt? Nimm doch nicht immer Bastion. Es gibt so viele Helden. Na gut, ich nehme auch einen Charakter wie Diva, der ein bisschen... der OP ist jetzt nicht, aber... mächtig viel Feuerkraft. Na komm, ey. Die Minute schaffen wir noch. Minute 25. Kommt schon, Kinder. Die blocken wir noch. Kommt schon. Feuer, Rückendeckung. Feuer, Rückendeckung. Was? Ich decke euren Rücken mit Feuer. Komm, das Ding muss sich bewegen. Eine Minute. Eine Minute. Schaffen wir das. Kriegen wir sie. Haben wir gewonnen dann? Ja. Und das Video ist erlaubt zu Ende. Knapp 10 Minuten. Das reicht, oder? Nein, reicht nicht, aber... Warum nicht? Kommt schon. 40 Sekunden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Hä? Was toll war das? Nein. Wieso bin ich denn betäubt? Wieso wird er... Ja, Panik. Da ist mich Panik übergab. Ah, nein. Na komm, 30 Sekunden. 30 Sekunden. Nein, komm, die 30 Sekunden kriegen wir noch. Nein. Nein, 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 nein. Kommt, komm. Ja, ja, auf wieder Killcam. Kreiß auf die Killcam. Ich will wieder rein. Ich hab so leicht Panik, ey. Ich will gewinnen. Kommt schon, 30 Sekunden. Das kriegen wir hin. Wir blocken noch mal. 14. Ja, komm, komm. Immer voll drauf. Voll drauf. Ja, 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 ja. Die blocken wir. Immer drauf. Nur drauf. Ja, ja. Nee, was denn? Immer mit Verleckerungen. Nein, falsch, 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 falsch. Panikreaktion. Warum Verleckerungen? Wir haben doch gewonnen. Nein, nein. Ja, wann ist denn die Verlängerung vorbei, wenn ich mal so fragen darf? Gewinnen wir? Hallo? Ja, Mann, hat das lange gedauert. Sehr schön. Danke, Bistuse. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Da bin ich, Wachmeisterin Diva. Und raus. Ich bin hier mit, Wachmeisterin Diva. 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 Ich bin hier mit, Wachmeisterin Diva.